zum klick bist zum glück hast du den stream nicht ohne mit tonklatt anker und in den arsch geschlagen dass er stirbt weil die lurker sind das blut eines streamers ohne lurker gibt es keine streams und das ist faktum und das hat auch sogar der liebe unge also umgespielt auch gesagt ja könnt ihr mal fürs gesund seines steaks bitte bitte dass einer klippen bitte dass einer klippen dass das ich kotze mein becher während ich trinke und trinkst es wieder aus wow respekt lkw müde yay das war's mit dem transformator yay ja da hüpft schon wieder ein creeper mann weiter weder ich finde die topsteine höhlen schon die schon so geil aus aber ich habe die gleiche pc maus gaming maus hier schau äh was das für was das für komischer zufall mal ganz ehrlich what the fuck yay oh wie geil ich bitte auch danke für die klip